Was denkst du passiert? Wann hören wir den Schlussakkord? Nachdem wir sterben? Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass es Erfahrungen gibt und ich habe solche Erfahrungen gemacht, die wie eine Ahnung dieses Schlussakkords sind. Und ich glaube, das sind dann religiöse Erfahrungen. Erzähl mir mehr. Ja. Ich bin ein betender Mensch. Also ich habe erfahren, dass es da eine Resonanz gibt. Die kann ich nicht beweisen, aber ich kann in meiner Selbsterfahrung unterscheiden zwischen Momenten, wo ich mir aktiv was einbilde und solchen, wo ich es nicht tue. Also wenn du mir sagst, ich habe starkes Kopfschmerzen, kann ich sagen, das bildest du dir nur ein, aber du selber weißt, ob du dir Kopfschmerzen einbildest oder nicht. Und so kann ich meine religiöse Erfahrung nicht bestreiten. Ich mache Erfahrungen, wenn ich in Kontakt gehe mit Gott, die was qualitativ anderes sind, als wenn ich tief einatme und mir den Sternenhimmel vorstelle oder sowas. Sondern es ist die Erfahrung von einem Gegenüber. Und das erfährst du beim Beten oft. Wie betet man, dass man diese Erfahrungen haben kann? Also erstmal, da gibt es überhaupt keine Garantie, dass man, es ist auch im Glauben, es ist kein Funktionalismus. Der Glaube ist auch ein Wagnis, es ist die Hinausfahrt auf eine See. Für mich ist Beten der natürlichste und einfachste Akt, den es gibt. Für mich ist es weniger was, was ich tue, sondern mehr ein Zurückkommen ins Sein. Aber das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ist okay. Und wie oft denkst du in diesem Zusammenhang über den Tod nach? Weil du hast, also du hörst Ansätze des Schlussakkords in dem Beten. Ja, ja, also ich glaube, dass der Tod der Eingang ins wahre Leben ist. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt eine alte Definition von Ewigkeit, die ist, soweit ich weiß, von Boetius, der hat etwa 500 nach Christus gelebt. Und der sagt, Ewigkeit ist die vollkommene, oder das vollkommene Besitzen von Sein. Was heißt das? Wir erleben unser Sein ja bruchstückhaft. Ich kann nicht Kleinkind, Erwachsener und Greis zugleich sein, obwohl alles von drei Johannes Hadlers. Also ich kann immer nur in einem Moment sein. Und in dem Moment, wo ich dich anschaue, ist das schon wieder vorbei, ja? So, der Nietzsche dichtet so schön, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Alles Schöne will Ewigkeit. Und trotzdem entgleitet uns das Schöne sofort wieder. Und deswegen ist, finde ich, unser menschliches Seinsempfinden defizitär. Also es ist sozusagen immer, wir haben das Sein eigentlich nicht, sondern es entgleitet uns beständig. Und für mich ist deswegen die Vorstellung von Ewigkeit nicht, statt 70 Jahre geht 70 Millionen und dann immer so weiter Jahre. Was auch immer du dir dann vorstellst, wird irgendwann saulangweilig. Also wenn das die Ewigkeit ist, dann ist es ja furchtbar. Du trinkst das gleiche Bier unendlich oft, irgendwann schmeckt es ja nicht mehr. Sondern es ist eigentlich, wird es ankommen, endlich an einem Punkt, den die Zeit eben nicht bereithält. Und diese Ahnung von Ewigkeit, würde ich sagen, die habe ich, wenn ich bete. Und wenn du mich jetzt fragst, wie oft denke ich an den Tod? Ich denke aktiv an den Tod, schon auch gar nicht so selten. Aber eher hinsichtlich der Frage, was für ein Leben habe ich gelebt und ist das irgendwie sinnvoll? Und könnte ich gut abschließen, wenn ich jetzt wüsste, ich stürbe morgen, wie will ich heute gelebt haben? An sowas denke ich schon oft.